Ja, einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer und Zuschauer zu Hause. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Kleinkunstvereins Klecks zum zweiten Konzert am letzten Abend des diesjährigen Jazz Föhrling. Wir hatten ja vorher ein wunderschönes Blueskonzert, ich hoffe, viele haben es gesehen und gehört und jetzt werden wir gleich etwas erleben, was auch mit Blues zu tun hat, aber noch andere Elemente mit einbindet in die Musik. Aber zuvor, damit wir dieses Konzert überhaupt durchführen können, das geht natürlich nur, weil es finanziell etwas aufwendiger ist, weil wir einen Sponsor haben, nämlich die Sparkasse Allgäu. Und dazu darf ich begrüßen ein Grußwort des Herrn Högedies von der Sparkasse Allgäu. Meine sehr geehrten Damen und meine sehr geehrten Herren, werte Freundinnen und werte Freunde guter Jazzmusik. Bevor wir jetzt gleich ein ganz besonderes Jazzkonzert genießen dürfen, habe ich die Freude, herzlich Grüß Gott zu sagen zu Ihnen von Ihrer Sparkasse Allgäu. Wir fördern auch in diesem Jahr wieder sehr gerne den Camp in der Jazz Frühling, ja ganz besonders sogar in diesem Jahr, in diesem Ausnahmejahr. Und tun dies wie in den Vorjahren auch aus einem Grund, dass die Rechnung aufgehen möge und der Jazz Frühling das Festival von Jahr zu Jahr Freude macht, auch Ihren Veranstaltern Freude macht. Jedes Jahr stehe ich üblicherweise im Stadttheater auf der Bühne und habe die Ehre, sehr willkommen zu heißen. Heute schaue ich in eine Kamera und spreche in ein Mikrofon, aber wir machen das Beste draus. Das Beste macht auch der Kleinkunstverein Klecks daraus. Und es nötigt mir großen Respekt ab und ich will herzlich Danke sagen allen Akteuren bei Klecks e.V., die sich Jahr für Jahr, aber in diesem Jahr ganz besonders bemühen, das Beste, wie gesagt, daraus zu machen. Das Beste heißt heuer ein Livestream aus Amerika von New York City, viele tausend Kilometer von uns entfernt und ich bin sehr gespannt, wie es gleich und ob es gleich funktionieren wird. Mir fiel noch ein, dass wenn es hier bei uns jetzt 20 Uhr ist, dann ist es 14 Uhr in Big Apple, also in New York City. Und ich habe mir die Frage gestellt, obwohl Jazzmusiker auch am Nachmittag schon in Form kommen, aber ich glaube, es ist eine rhetorische Frage, natürlich kommen sie in Form, denn in der Hauptsache wird es darum gehen, gute Musik zu machen. Und auf die freuen wir uns jetzt miteinander. Ich darf herzlich begrüßen und Ihnen viel, viel Freude wünschen, wenn es gleich heißt, Livestream from Big Apple mit dem Bill-Frissell-Trio. Die Sparkasse Allgäu wünscht viel Vergnügen dabei, viel Spaß. Ja, herzlichen Dank nochmal, Herr Helgedüß und herzlichen Dank an die Sparkasse Allgäu, ohne die dieses Konzert so nicht durchzuführen wäre. Die Sparkasse Allgäu begleitet uns ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Ich kann mich noch erinnern, es gab Zeiten, da konnten die Konzerte fast nur mit Eintrittsgeldern bestritten werden. Diese Zeiten sind leider vorbei, aber glücklicherweise gibt es eben Sponsoren, die für Kultur, für hochklassige Kultur, die wir bieten wollen, Geld zur Verfügung stellen. Nun aber zum heutigen Abend. Also wir haben ja jetzt in diesem Jazz-Filling fast keine Kosten und keine Mühen gescheut, um Ihnen wunderbare visuelle Eindrücke ins Wohnzimmer zu liefern und auf Ihre Bildschirme und auf die Bildschirme zu liefern. Jetzt heute Bill Frissell ist ein Mensch, der ist 70 Jahre alt und spielt seit 50 Jahren in der ersten Riege des Jazz. Und es ist unzählige Aufnahmen, unzählige Mitmusiker aus der ersten Klasse des Jazz hat er begleitet. Und insofern ist er einer und wahrscheinlich deswegen auch so gesucht und gefragt gewesen über die ganzen Jahre, weil er so verbunden ist mit seiner Musik. Und ich habe mal eine Besprechung einer wunderbaren CD, einer Duo-CD gelesen, da geht es die ersten zwei Absätze nur um seinen Ton. Und ich bitte Sie, hören Sie da hin und achten Sie darauf, wie biegt er, wie verändert er, was macht er aus diesen eingängigen Melodien, die bestehen aus Blues, Country, Folk, wie aus dem Mittleren Westen, aus den Weiten der Weizenfelder und den endlosen Straßen dort. Nun darf ich Ihnen ganz viel Vergnügen wünschen, lehnen Sie sich zurück, lassen Sie sich hineinziehen in diese Musik von Bill Frissell an der E-Gitarre, Thomas Morgan am Konterbass und Rudy Royston am Schlagzeug. Viel Vergnügen. Hi, everyone. I'd like to introduce my friends, Rudy Royston on drums, Thomas Morgan on bass, und danke so much to the Kempton Festival for having us. I hope we'll all be together in person soon, but for now, thank you for this. We'll see you in a little while. Bye. Thanks. Bye. 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.